So, herzlich willkommen zur Vorlesung Netzwerke. Das ist der zweite Termin zum Physical Layer und wir werden uns heute mit Shannon's Law, also mit dem Shannon-Hartley-Theorem und mit Nyquist-Theorem beschäftigen, die beide fundamentale Grenzen für den Telekommunikationskanal definieren. Also die sagen einem eigentlich, wie hoch kann die maximale Datenrate überhaupt sein, die man über ein Telekommunikationssystem, also das kann ein Telefon sein, das kann aber auch ein Gigabit-Bit-optisches Ethernet sein, rüberbekommt. Das ist übrigens auch ein netter Trick, mit dem Sie mal prüfen können, ob die Versprechen Ihres Operators, also Mobilfunk- oder DSL-Betreibers, überhaupt wahr sein können. Weil wenn die dem Shannon widersprechen, zum Beispiel kann er das, was er ihnen verspricht, gar nicht einhalten. Ich gehe mal einen kleinen Schritt zurück. Wir waren beim letzten Mal schon ein bisschen weiter als hier, aber ich mache mal so ein kleines Recap, wo wir waren und zeige dann auch nochmal so ein paar zusätzliche Folien, die ich beim letzten Mal nicht gezeigt habe, weil ich denke, dass die zum Verständnis ein bisschen besser sind und das am Ende ja auch ein bisschen gehetzt war beim letzten Mal. Gut, also wir haben dieses Problem vor uns, dass wir über einen bandbreiten beschränkten Kanal Daten empfangen wollen. Und Daten empfangen bedeutet abtasten. Sie sehen das hier in der Animation. Wir versuchen zu jeder Zeit ein Bit abzutasten. Und Sie sehen hier haben wir die Abzeit-Tastpunkte genau in die Mitte gesetzt und aufgrund dieser Bandbreitenbeschränkung des Signals oder des physikalischen Kanals bekommen wir eben nur ein sehr rundes Signal. Also Sie sehen, das ist so ein Sinusoid. Sie sehen im Hintergrund noch das Sennesignal in blau. Das ist das scharfe Rechtecksignal. Das war ja dieser in ASCII codierte Buchstabe B, den wir verschickt haben. Und das ist sehr sauber. Da könnte man ganz klar entscheiden, was jetzt eine 0 oder eine 1 ist pro Bit. Aber auf Basis dieses bandbreitenbeschränkten Signals ist das sehr schwierig. Und Sie sehen, dass hier ja 4-Bit-Fehler passieren, weil wir einfach nicht wissen, wie wir entscheiden sollen. Wir haben beim letzten Mal besprochen, dass das einfache Versetzen von Schwerwerten nichts bringt. Sie sehen, ich kann die beiden, die 1 und die 0, hier näher zusammenschieben. Im Extremfall würde ich das dann irgendwo in die Mitte aufeinander schieben und diesen Graubereich komplett weglassen. Das erhöht aber lediglich meine Bitfehlerwahrscheinlichkeit. Ich kann jetzt zwar zu jedem Bit genau sagen, was es ist. Ich habe keinen Graubereich mehr oder nur noch einen sehr kleinen Graubereich. Aber ich mache mit einer höheren Wahrscheinlichkeit falsche Entscheidungen. Insbesondere mache ich die, wenn ich noch Rauschen draufnehme. Das ist hier, um eine klare Darstellung zu haben, nicht gemacht worden. Aber Sie können sich das ja vorstellen, wir haben es beim letzten Mal auch besprochen, wie das nochmal mit einem additiven Rauschen aussehen würde. Ich fasse zusammen. Die alleinige Manipulation von Schwellwerten bringt uns erstmal nichts. Das löst zumindest das grundsätzliche Problem nicht. Das kann das Problem ein bisschen verringern. Und das muss natürlich gemacht werden. Gerade um auch zu dem Spannungswert, den man empfängt, zu passen. Also zum Betragswert sozusagen. Oder zum Leistungswert, den man empfängt, müssen natürlich die Abtastschwellwerte passen. Und man sollte schauen, dass man sowas wie Gleichspannungsfreiheit, also kein Offset drauf hat, keine positive Verschiebung jetzt zum Beispiel an der Y-Achse. Das ist dann wichtig für diese Entscheidung. Das muss gemacht werden. Aber alleine damit, mit der Manipulation von Schwellwerten, wird man hier nicht glücklich. Was kann man jetzt machen? Naja, als zweite Möglichkeit, die ist jetzt neu, die haben wir beim letzten Mal noch nicht besprochen, ist, dass wir natürlich öfters abtasten können. Öfters abtasten bedeutet relativ gesehen die Zeit, die ich für ein Bit verwende, erhöhen. Ja, warum macht man das? Naja, das macht man, also warum tastet man öfters ab? Also, ja, einfach gesagt, macht man das deshalb, um die Flanken besser erkennen zu können. Ja, Sie sehen, ich gehe nochmal zurück, hier in diesem Beispiel, dass die Flanken ja sehr flach geworden sind, aufgrund der Bandbreitenbeschränkung. Ja, in diesem Sinusoid, gerade im Vergleich zum Rechtecksignal. Und wenn ich hier öfters abtaste jetzt, also nicht mehr nur einmal pro Zeiteinheit, sondern vielleicht zehnmal oder hundertmal, dann kriege ich diese Flanken noch besser getrackt. Und das ist natürlich eine tolle Sache, weil so kriegt man ja hoffentlich noch raus, in welche Richtung sich das Signal bewegt. Ja, das heißt, wir haben da so ein bisschen mehr Zeit und können diese Werte dann berücksichtigen, um zu entscheiden, also mehr Werte berücksichtigen, um zu entscheiden, ob wir da eine 0 oder eine 1 haben. Übrigens, diese Vorlesung wird aufgenommen. Ich nehme heute den Chat allerdings nicht auf. Also lediglich die Folien und die Sprache wird aufgenommen. Gut, wenn ich jetzt öfters abtaste pro Beobachtungsperiode, wir geben der Beobachtungsperiode mal einen Namen, Groß T, dann heißt das, dass wenn ich meine Beobachtungsperiode erhöhe, dass ich eine geringere Abtastfrequenz habe. Die Frequenz ist 1 durch T. Wenn ich das Signal länger beobachte, habe ich eine geringere Frequenz. Das bedeutet also, je größer mein T, umso weniger Beobachtungen mache ich pro Sekunde, also je weniger Samples nehme ich pro Sekunde auf. Das heißt, pro T beobachte ich das Signal öfters. Und damit habe ich eine bessere Messung des Gradienten, also damit ist der Anstieg gemeint, also insbesondere der Flanke, und natürlich der Energie. Ich kann auch sagen, ich kann bei der Flanke vielleicht einen Trend feststellen und ich kann die Energie auch schon auf Basis von Teilen des Signals besser bestimmen. Das bedeutet aber, dass die Bandbreite niedriger ist. Wenn ich die Beobachtungszeit erhöhe, bedeutet das, dass ich weniger Signale pro Sekunde sende und damit verringert sich automatisch die Bandbreite, die ich brauche. Daraus folgt, dass ich weniger Sekunden pro Bit senden kann. Ich muss ja meine Beobachtungszeit größer machen, also dass sich meine Datenrate reduziert. Und das kommt alleine aufgrund des Samples. Weil ich öfters länger beobachten möchte, kann ich weniger Daten versenden. Bevor wir zu der Formel kommen, gebe ich Ihnen mal ein Beispiel. Stellen Sie sich vor, also ich habe hier mal keine Zeiteinheit dran gemacht an der X-Achse, an dieser Zeitachse, aber stellen Sie sich mal vor, das wäre eine Mikrosekunde. Das wäre so eine typische Symbolzeit im Mobilfunk oder im WLAN zum Beispiel. Jetzt möchte ich aber tausendmal so oft abtasten. Also nicht nur einmal pro Mikrosekunde, sondern vielleicht tausendmal pro Mikrosekunde. Also habe ich jetzt hier als Zeiteinheit eine Millisekunde stehen. Das bedeutet, ich kann jetzt nur noch ein Bit pro Millisekunde abtasten. Ein Bit pro Millisekunde abgetastet, was wäre das für eine Bitrate? Wer kann es mir schreiben über den Chat? Milli ist 10 hoch minus 3. Mikro wäre 10 hoch minus 6. Herr Müller, das ist falsch. Nicht ein Megabit, Frau Wolf, Sie haben recht. Das sind tausend Bit pro Sekunde, also einen knappen Kilobit pro Sekunde. Das ist jetzt die Frage, ob man jetzt das in zweier Potenzen oder in zehner Potenzen rechnet. Wenn man es aber in zehner Potenzen rechnet, ein Kilobit pro Sekunde. Entschuldigung, Herr Kursawski, ich habe Sie nicht sofort gesehen. Das ging im Chat ein bisschen unter. Gut, ja. Und wenn ich jetzt, was hatte ich vorher gesagt? Vorher hatte ich gesagt, wir hatten eine Mikrosekunde initial, bevor wir tausendmal abtasten wollten. Was wäre dann meine Datenrate? Genau. Ja. Ein Megabit. Also mit großen M bitte, nicht ein Millibit. Mega ist ein großes M. Ja. Sie machen da gerade einen Faktor, 6-10er-Potenzen-Fehler. Genau. Daher ist das an der Stelle, die große und Kleinschreibung, sehr wichtig. Ja, super, Herr Kleinschmidt. Und in dem Fall hätte dann Herr Müller recht. Ja, also wenn man jetzt sagt, ich will einmal pro Mikrosekunde abtasten, dann kriege ich ein Megabit pro Sekunde rüber. Ich gehe dabei davon aus, dass ich pro Symbol nur ein Bit übertrage. Wenn ich jetzt aber sage, ich möchte meine Detektion verbessern und tausendmal pro Mikrosekunde samplen, dann kann ich das nur erreichen, indem ich den Symbolzeit erhöhe. Oder, Entschuldigung, die Symbolzeiterhöhe. Das heißt, ich gehe hier zum Beispiel auf eine Millisekunde von der Mikrosekunde auf eine Millisekunde hoch. Und dann kriege ich nur noch ein Kilobit pro Sekunde rüber. Also so setzt sich das direkt in die Datenrate um. Ja. Und das sehen Sie hier auch in der Formel. Und das ist, was wir hier sehen, ist so das Sampling-Theorem. Das ist vom Herrn Nyquist, oder auf Englisch ausgesprochen Nyquist, definiert worden. Das sehen Sie hier. Und das besagt, dass die Datenrate nicht größer werden kann als das Doppelte der Bandbreite. Ja, wir werden das auch gleich mal anwenden. Aber das ist eine relativ einfache Aussage. Also das Doppelte meiner Bandbreite gibt mir die obere Schranke für meine Datenrate an. Ja, das ist, was Sie hier sehen. Schneller geht nicht. Ich sage jetzt, wir werden das im Folgenden diskutieren. Ich sage aber jetzt schon mal, das gilt für den rauschfreien Kanal. Rauschen ist hier nicht berücksichtigt. Was würde bei Rauschen passieren? Preisfrage. Wird die Datenrate eher höher oder eher geringer werden? Was würden Sie erwarten? Ja. Geringer. Danke, Frau Wolf. Herr Hanke, Herr Hielchenbach und Herr Kiminer. Geringer. Also wir brauchen dann, wenn wir dann jetzt zum rauschbehafteten Kanal gehen, zum Rauschkanal, brauchen wir natürlich noch einen gewissen Discount-Faktor hier. Also das müssen wir, wir müssen die rechte Seite noch ein bisschen kleiner machen, um eine Schranke für den rauschenden Kanal zu bekommen. Das machen wir gleich. Wenden wir das Nyquist-Theorem erstmal an. Das dürfen Sie gerne aktuell mal tun. Das ist eine kleine Übung für Sie. Also Sie dürfen den unteren machen. Das können Sie aber gerne auch zu Hause machen oder in Nacharbeit oder jetzt gerne auch nebenbei. Ich mache das mal beispielhaft für so eine Telefonleitung, ja, so eine klassische Telefonleitung. Und damit meine ich den Teil, den man für die klassische Analog-Telefonie verwendet oder auch für ISDN, das ISDN-Signal verwendet hat. Das hat 3100 Hertz Bandbreite. DSL nimmt dann noch Bandbreite oben dazu und hofft dann dann in den höheren Frequenzen was drauf modulieren zu können. Das ist hier nicht berücksichtigt, ja. Das ist ein klassischer alter Telefonkanal. Der hat so 3,1 Kilohertz, ja. Und naja, jetzt möchte ich wissen, was ist die maximale Datenrate darüber. Ja, dann wende ich doch den Nyquist an. Der sagt, die Symbolrate ist kleiner gleich 2 Bit pro, ja, zweimal die Bandbreite. Ja, das passt dann auch mit der Einheit, ne. Also wir haben dann, Bandbreite ist ein Hertz, da haben wir 1 durch Sekunde. Bit ist sowieso keine physikalische Einheit, sondern eine Pseudo-Einheit. Dann passt es so in etwa. Wir gehen davon aus, dass wir 1 Bit pro Symbol modulieren, ja. Wie eben auch, ne. Also jedes Bit, was ich abtaste, kann genau 2 Werte haben, den Wert 0 oder 1. Also jedes Symbol, was ich abtaste, kann genau den Wert 0 oder 1 haben. Damit ist hier die Symbolrate auch die Bitrate. Also für die Profis heißt das Bit gleich baut, hier in dem Beispiel. Na ja, und dann einfach verdoppeln an meine Bandbreite und dann bin ich bei 6,2 Kilobit pro Sekunde. Ja, einfach als Beispiel mal ausprobiert. Ja, das kann ich mir jetzt natürlich auch andersrum vorstellen. Ich kann mir jetzt eine Datenrate als Ziel setzen und dann ausrechnen, welche Bandbreite ich brauche. Und das sollen Sie hier unten machen. Das ist jetzt genau das Umgedrehte. Also das sind 100 Megabit pro Sekunde. An diesem Skalierungsfaktor ändert sich ja nichts. Ja, genau, Herr Müller. Und dann einfach durch zwei teilen. Absolut richtig, ja. Einfach die Formel oben umstellen nach b und dann haben Sie da Bitrate durch 2. Also 100 durch 2. Das war es schon. Passen Sie mit den Zehnerpotenzen auf. Also das ist, ich komme da gleich nochmal zu bei der Leistung auch im Telekommunikationsbereich. Wir arbeiten mit sehr, sehr großen Größen. Insbesondere in Hertz sind unsere Größen in der Regel sehr groß. Aber in Watt sind unsere Größen sehr klein. Das heißt, man muss mit Zehnerpotenzen umgehen können. Deswegen verwenden wir auch logarithmische Größen, also dB, damit wir uns das ein bisschen einfacher machen. Da komme ich aber nachher noch zu. Gut, was geht denn noch? Wir haben über das Verringern der Bandbreite oder der Datenrate gesprochen, um öfter samplen zu können pro Symbolzeit. Das war eine Möglichkeit. Das ist aber keine schöne Möglichkeit. Also das schlägt sich ja dann direkt in der Datenrate wieder. Und das kann man bei bestimmten Systemen mal machen. Also es gibt ja so Systeme, zum Beispiel wie Bluetooth, die jetzt nicht wirklich schnell übertragen müssen. Die sollen dann eher energieeffizient und robust sein. Da kann man sowas mal machen. Aber jetzt bei Systemen wie Ethernet, WLAN oder auch im Mobilfunk will man das ja nicht. Da will man ja in der Regel eine hohe Datenrate haben. Und wie kriegt man jetzt trotzdem eine hohe Datenrate hin, selbst wenn ich mit diesen ganzen Kanaleffekten und insbesondere mit der Bandbreitenbeschränkung darauf angewiesen bin, ein Signal akkurat zu samplen. Also akkurat zu beobachten am Empfänger. Naja, da gibt es einen dritten Weg. Mehr als zwei mögliche Werte pro Symbol benutzen. Ein Symbol ist das, was ich beobachte. Also das ist die Zeiteinheit sozusagen, ist dann die Symbolzeit, in der ich mein Signal beobachte. Und naja, dieses Symbol konnte bisher zwei mögliche Werte haben. Wir haben genau vom Wert 0 oder 1 gesprochen. Was ist denn, wenn ich mehr nehme? Naja, ich kann sagen, ein Symbol hat m mögliche Werte. Dann kann ich da log2m Bits drauf modulieren. Ja, hier als Beispiel nochmal. Log2 ist genau die Umkehroperation von 2 hoch. Also das heißt, wenn ich 6 Bits modulieren will, wie in dem Beispiel hier, dann brauche ich natürlich genau 2 hoch 6 mögliche Symbolwerte. Und das ist genau die 64. Und umgedreht gerechnet log2, 64 gleich 6 Bits pro Symbolzeit. Das ist doch super, ne? Also ich habe jetzt 6 mal die Datenrate im Vergleich zu 1 Bit pro Symbolmodulation. Muss aber 64 Werte pro Symbolzeit erkennen können. Das heißt, mein Schwellwertproblem wird komplizierter. Hier noch eine kurze Zusammenfassung, warum ich jetzt plötzlich zwischen Bit und Symbol unterscheide. Naja, Bit ist das digitale Ergebnis unserer Beobachtung im Empfänger. Also im Empfänger erstmal unten in der physikalischen Schlicht haben wir noch gar kein Bit. Da haben wir erst ein Symbol. Das kann auch schon digital vorliegen, zum Beispiel als komplexe Zahl. Oder einfach als Zahlenwert, aber das ist dann ein reeller Zahlenwert oder ein komplexer Zahlenwert. Also mit reellwertigen, mit Fließkommateilen. Und das muss ich dann in was Digitales überführen durch meine Abtastung. Ja, und daher rede ich unten von Symbolen. Und das ist genau der Anteil meines Signals, den ich pro Symbolzeit T beobachte. Das ist dieselbe Terminologie vorhin. Vorhin habe ich T noch Beobachtungszeit genannt. Jetzt haben wir da den korrekten Namen für. Das ist die Symbolzeit. Und daher muss ich jetzt auch unterscheiden, weil ich ja jetzt mehrere, mehr als zwei Werte pro Symbol erlaube. Das heißt, ich kriege mehr als ein Bit pro Symbol moduliert, muss ich jetzt zwischen der Symbolrate und der Datenrate unterscheiden. Also ich muss jetzt sagen, ich kann zum Beispiel eine erheblich höhere Datenrate bekommen, als ich eine Symbolrate bekomme. Haben Sie das verstanden? Also kurze Testfrage. Wenn ich jetzt sechs Bits pro Symbol moduliere, wie hoch ist dann meine Datenrate im Verhältnis zur Symbolrate? Das ist eine ganz einfache Frage. Ich will nur testen, ob das bei Ihnen ankommt. Genau, sechs Mal. Also die, ja, absolut korrekt, Herr Buchner und Herr Kleinschmidt. Und die Datenrate ist sechs Mal höher als die Symbolrate. Beispiel, ich habe ein Megabit pro Sekunde Symbolrate. Ich kriege aber sechs Megabit pro Sekunde dann übertragen, weil ich natürlich pro Symbol, was ich eine Million Mal pro Sekunde sende, dann sechs Bits übertragen bekomme. Ja, daher muss man da jetzt unterscheiden. Das ist auch der Unterschied zwischen Bit und Baut. Baut ist die Einheit für die Symbolrate und Bit ist die Einheit für die Bitrate oder für die physikalische Datenrate, hier in dem Beispiel. Ja, hier haben wir ein Beispiel, das hatte ich beim letzten Mal auch schon mal kurz aufgezeigt. Für eine ganz einfache Modulationsart, das ist die Amplitudenmodulation. Die haben wir ja bisher auch immer verwendet. Das heißt, ein Symbolwert steht direkt für, also der Bitwert wird direkt aus einem Spannungswert extrahiert. Ja, und Sie sehen den Spannungswert hier auf der Y-Achse und Sie sehen die Abtastzeiten, also vier Abtastzeiten hier auf der X-Achse. Und jetzt sehen Sie hier noch dargestellt darunter, welche Bits ich da kodiert habe. Links haben Sie auch noch mal die Bildungsvorschrift, ja, also das Kodierverfahren, wenn Sie so wollen. Das heißt, um eine Doppel-Null zu kodieren, also ich möchte zwei Bits übertragen, 0,0, dann setze ich meine Spannung einfach auf 0. Sie sehen das hier in der Mitte. Und naja, wenn ich dann jetzt zum Beispiel eine 0,1 übertragen will, also zwei Bits, das erste mit dem Wert 0, das zweite mit dem Wert 1, dann setze ich meinen Spannungswert eben auf 1 und dann habe ich noch zwei andere Stufen für die zwei anderen möglichen Bitkombinationen. Ja, also doppelte Datenrate, ganz einfach, indem ich pro Symbol vier mögliche Werte erlaube. Also mein Groß-M wäre in diesem Beispiel 4 und natürlich der Log 2 von 4 ist 2. Also habe ich zwei Bits, die ich hier übertragen kann. Problem steht hier schon auf der Folie. Ja, mein Schwellwertproblem wird schlimmer, ne? Ich muss jetzt die Amplitude noch exakter messen als vorher. Und das Problem dabei ist, dieser Aufwand steigt exponentiell. Wir haben ja, wenn wir B Bits übertragen wollen, haben wir ja 2 hoch M, ja, oder 2 hoch B, Entschuldigung, 2 hoch B mögliche Kombinationen. Ja, und da unsere, die Anzahl der Kombinationen natürlich exponentiell steigt, steigt damit auch der Aufwand, diese in Amplitude exakt zu messen exponentiell an. Ja, diese mehr höherwertigen Modulationsverfahren, ja, also das nennt man dann höherwertige Modulationen, wenn man mehr als ein Bit pro Symbol darstellt, ist auch in der Nyquist-Formel dann verallgemeinert dargestellt worden. Und das haben Sie hier wie folgt drin. Sie sehen hier, da haben wir jetzt zu dem vorherigen Nyquist-Theorem jetzt noch den Log 2m dazu bekommen. Ja, also wir multiplizieren das einfach mit der Anzahl der Bits. Log 2m war ja die Anzahl der möglichen Symbolwerte. Man sagt dazu auch Alphabetgröße, weil das einfach mein Alphabet ist, ja, was ich, was ich auf Bit-Ebene verwenden kann oder auf Symbolebene verwenden kann. Also die Größe meines Symbolalphabets. Und wenn ich davon, wie gesagt, den Log 2 nehme, dann habe ich einfach die Anzahl der Bits, die ich hier versende. Und meine Datenrate kann dementsprechend natürlich nicht höher werden als das Doppelte der Bandbreite, wie vorher dargestellt im Nyquist, mal der Anzahl der Bits. Ja, das ist ganz klar, ne? Wie eben hatte ich ja auch schon gesagt, wenn wir jetzt hier plötzlich Log 2.64 machen, dann können wir 6 Bits pro Symbol schicken, dann haben wir dann das Sechsfache der Datenrate, ja? Und das schlägt sich hier einfach in der Formel jetzt direkt wieder. Diesen Ausdruck nennt man häufig die Nyquist-Capacity, ja? Gerade in der Unterscheidung zu Shannon-Capacity, auf die wir gleich kommen. Ja, das sieht ja toll aus, ja? Also da diesen Log 2m reinzupacken und wenn ich M jetzt gegen Unendlich drehe, dann kriege ich natürlich eine riesige Datenrate hin. Und soweit passt es auch alles zu dem Nyquist. Das ist von der Formel erstmal völlig okay, das so zu machen. Aber ich habe ja eben schon so ein bisschen anklingen lassen, dass wir das Spiel nicht beliebig weit treiben können. Stichwort Empfängerkomplexität. Je höher die Datenrate, desto umso, ja, wenn ich die Datenrate linear steigere, erhöht sich mein Symbolalphabet auf exponentiell. Damit erhöht sich der Empfängeraufwand fürs genaue Abtasten auch exponentiell. Naja, das ist Hardware, das kann man besser bauen, da gibt es Moore's Law, kein Problem. Naja, es gibt auch grundlegende physikalische Grenzen und die sind dann über Shannon definiert worden in Bezug aufs Rauschen und da komme ich jetzt drauf. Also ist das plausibel? Naja, hier steht nochmal die Exponential-Argumentation. Für jedes zusätzliche Bit müssen Sie doppelt so viele Symbolwerte zusätzlich abtasten. Schauen Sie sich einfach die Formel an. Wie gesagt, wenn ich B-Bits kodieren will, habe ich 2 hoch B, ist mein M, mein Groß-M, gleich 2 hoch B. Für jedes zusätzliche Bit eine Verdoppelung. Schlecht für unsere Schwellwerte. Das ist eine technische Grenze. Bevor wir jetzt zur fundamentalen Grenze kommen, der das unterliegt, muss ich noch eine Größe einführen. Das ist das Signal-zu-Rausch-Verhältnis auf English-Signal-to-Noise-Ratio oder auch SNR. Die Formel gibt einfach das wieder, was das Wort sagt. SNR ist einfach Signalleistung geteilt durch Rauschleistung. Hier haben Sie SNR einfach gegeben als Signalleistung durch, hier ist das linear in Milliwatt gegeben, geteilt durch N auch in Milliwatt. Achtung, ja, also hier diese Größen, wenn ich das so linear hinschreibe, kann ich das im logarithmischen nicht machen. Da müsste ich dann S minus N rechnen, wenn ich mit logarithmischen Größen arbeite. Ich komme da gleich im Detail nochmal drauf. Ja, aber einfach Signal-zu-Rausch-Verhältnis, also Signalleistung durch Rauschleistung geteilt. Welche Einheit hat die SNR? Wer passt auf? 1, absolut korrekt. Milliwatt durch Milliwatt geteilt ergibt die Einheit 1. Ist also einheitenlos. So, hier sehen Sie nochmal ein Beispiel, welchen Einfluss die SNR hat und warum das eigentlich eine clevere Idee ist, das so darzustellen. Mir ist es ja eigentlich relativ egal, wie laut mein Signal am Empfänger ankommt, also wie viel Leistung da tatsächlich ankommt. Solange das hinreichend hoch über meinem Rausch, meiner Rauschleistung liegt, reicht mir das ja zur Detektion. Ja, hier sehen Sie jetzt ein Rechtecksignal mit einem Rauschen drauf addiert, also mit einem additiven Rauschen. Und hier ist die SNR relativ hoch im obersten Bild. Ja, da könnte man noch so einen Rechteck-Impuls ablesen und auch der Empfänger kriegt das noch hin. Und jetzt habe ich das SNR-Verhältnis verringert. Ich habe also sozusagen die Signalleistung durch 4 geteilt. Ich könnte auch die Rauschleistung äquivalenterweise mit 4 multiplizieren, das wäre in dem Fall egal. Und hier unten habe ich die Signalleistung durch 10 geteilt. Und der Effekt ist ganz klar. Man sagt dazu manchmal gerne, das Signal versinkt im Rausch-Teppich. Also wie in so einem Teppich sinkt die Signalstärke langsam runter. Und irgendwann ist das kaum noch zu erkennen. Und dann können Sie sich vorstellen, hat der Empfänger dann natürlich auch Schwierigkeiten, da noch eine fehlerfreie Detektion unserer gesendeten Bits hinzubekommen. Ja, und Sie sehen, hier kommt es nur aufs Verhältnis an. Hier kommt es nicht darauf an, wie laut S ist allgemein. Also der absolute Wert hier an der Y-Achse ist völlig egal. Es geht nur ums Verhältnis der Signalleistung S zur Rauschleistung N. Und deswegen ist diese SNR eine relativ clevere und auch sehr oft verwendete Größe, weil wir uns mit diesen Einzelwerten ja dann eigentlich nicht befassen müssen, wenn es wirklich nur darauf ankommt, wie stark mein Rauschen im Verhältnis zur Empfangssignalleistung ist. Bei Interferenz kann man da ähnlich argumentieren. Sie können sich das ja vorstellen, Sie haben einen lauten Hörsaal mit viel Interferenz, jeder brabbelt neben Ihnen. Dann ist Ihr sogenanntes SINR-Verhältnis oder SIR-Verhältnis, Signal-zu-Interferenz-Verhältnis, relativ schlecht. Wenn keiner im Hörsaal brabbelt, dann reicht es, wenn der Dozent flüstert. Dann können Sie den in der Regel auch noch ganz gut verstehen. Also es kommt da auch nur aufs Verhältnis an. Deswegen SIR, Signal-to-Interference-Ratio, oder auch gerne SINR, Signal-to-Interference-and-Noise-Ratio, sind da auch beliebte Verhältnisse, die man sich da mal anschaut. So, wenn wir jetzt SNR definiert haben, bringt mich das direkt zum Shannon. Und zwar hat der Herr Shannon in seinem berühmten Paper, das ist 1948 veröffentlicht worden, dieses Theorem dargestellt, dass die Datenrate nicht größer werden kann als die Bandbreite, multipliziert mit dem Logarithmus Dualis aus 1 plus S durch N. S durch N steht hier für die SNR in der linearen Domäne. Also das ist hier nicht logarithmiert, das ist nicht in dB, das ist tatsächlich in der Einheit 1. Da ist auch keine Pseudo-Einheit dB davor. So, was sagt uns das? Das sagt uns erstmal, dass, auch wie vorher beim Nyquist, je größer die Bandbreite, desto größer meine Datenrate. Hier allerdings direkter, linearer Zusammenhang. Das heißt also, wenn ich meine Bandbreite verdopple, kann ich von der Verdopplung der Datenrate ausgehen. Beziehungsweise kann sich meine maximale Datenrate bestenfalls verdoppeln. Die kann sich da nicht verdreifachen, zum Beispiel. Das sagt uns aber auch noch was anderes, und das ist jetzt im Vergleich zu Nyquist neu. Das sagt uns, dass Rauschen plötzlich eine Rolle spielt. Und zwar Rauschen ist hier als SNR, also als Signal-zu-Rausch-Verhältnis, ausgedrückt. Und das spielt eine logarithmische Rolle. Das heißt, wenn mein Rauschen linear steigt, dann senkt sich, das Rauschen steht hier im Nenner, dann senkt sich meine Datenrate logarithmisch. Das ist erstmal gut. Das bedeutet aber auch, dass wenn meine Signalleistung linear steigt, erhöht sich meine Datenrate nur logarithmisch. Oder andersherum ausgedrückt, um eine Datenrate linear zu erhöhen, zum Beispiel zu verdoppeln, muss ich meine Signalstärke exponentiell erhöhen. Mit dem Logarithmus Dualis zum Beispiel, wenn ich eine Verdopplung der Datenrate machen will, wer kann mir das mal beantworten? Also wenn ich meine Datenrate verdoppeln möchte, meine maximale Datenrate, Wie muss ich S verändern? Verdoppeln reicht nicht, das sage ich Ihnen schon mal. Es muss mehr sein als verdoppeln. Wer weiß es? Wenn ich die Datenrate verdoppeln möchte, muss ich hier aufgrund dieses Logarithmus Dualis natürlich die Signalleistung vervierfachen. Wenn ich die Datenrate verdreifachen will, muss ich die Signalleistung verachtfachen, etc. Das ist eben leider auch die Aussage von Shannons Theorem, dass es eben nicht reicht, die Signalleistung linear zu erhöhen, um eine lineare Erhöhung der Datenrate hinzubekommen. Ja, also wir haben hier den Effekt des Rauschen drin und den Effekt der Signalleistung. Hier ausgedrückt sehr angenehm als Signal-zu-Rausch-Verhältnis. Und natürlich, die Bandbreite bleibt als linearer Faktor auch drin. Dieses Theorem ist sehr wichtig aus mehreren Gründen. Also zum einen stützt sich da eine gesamte Theorie drauf. Eigentlich mehrere Theorien stützen sich da drauf. Die Informationstheorie stützt sich da drauf, aber auch die Codierungstheorie. Und eigentlich alles, was Sie momentan verwenden, also jede Form von digitalem Kommunikationsmittel, basiert auf diesem Shannon Theorem. Also egal, ob es Bluetooth ist, egal, ob es Ethernet ist, egal, ob es irgendwelche Busse auf ihrer Hauptplatine ihres Rechners sind oder zwischen Peripheriegeräten, das alles stützt sich auf Shannons Theorem. Die ganze Codiertheorie basiert da drauf. Also immer, wenn Sie irgendwas Fehler schützen wollen oder Fehlererkennung prüfen wollen, dann haben Sie es mit Shannon zu tun. Kurze Diskussion dazu und auch nochmal eine quantitative Einschätzung. Wir haben es ja eben auch schon im Kopf gemacht. Man sagt, weil das so ein wichtiges Theorem ist, kürzt man das gerne ab. Einfach mit C. Großes C heißt in den meisten Fällen dann Shannon Capacity oder oft einfach nur Capacity, weil die eben so eine hohe praktische Relevanz ist. Im Gegensatz zum Nyquist Capacity ist die Shannon Capacity tatsächlich relativ aussagenstark. Also Sie kriegen auch von praktischen Systemen relativ gute Schätzungen der Datenrate hin, wenn Sie Shannon anwenden. Bei Nyquist nicht, weil der eben das Rauschen ignoriert. Das ist sozusagen, wenn Sie so wollen, meine Hinführung zum Shannon. Shannon erlaubt Ihnen das schon ganz gut abzuschätzen, was Sie da in so einem Kommunikationssystem, sei es jetzt Ihr Mobilfunkkanal oder sei es ein Ethernet-Kabel erwarten können. Gut, ich habe hier rechts mal nochmal eine Darstellung dieses linearen Effekts und dieses logarithmischen Effekts gemacht. Sie sehen hier unten an der x-Achse erhöht sich das Signal-zu-Rausch-Verhältnis auch wieder nicht in dB, einfach nur linear angegeben mit der Einheit 1. Erhöht sich jetzt hier einfach. Für die Profis, das wäre jetzt hier bis 30 dB. Das sage ich aber gleich nochmal was zu. Und Sie sehen, was jetzt hier passiert mit meiner Shannon-Kapazität, wenn ich die Bandbreite einfach verdopple. Die schwarze Kurve gilt für eine Bandbreite von 1. Ich habe das jetzt einheitlos gemacht. Sie können da jetzt im Geiste ein Megahertz hinschreiben oder ein Gigahertz. Das ist jetzt egal für die Erklärung. Und jetzt habe ich die hier oben einfach mal in der blau gestrichelten Kurve verdoppelt. Und Sie sehen natürlich jetzt einfach nur einen Versatz an der y-Achse. Das ist diese lineare Erhöhung, die ich meinte vorhin. Also einfach die Bandbreite, Verdopplung der Bandbreite führt zur Verdopplung zum Beispiel der Datenrate. Aber hier unten auch nochmal, s steht im Logarithmus, die Signalstärke. Und deswegen muss ich, um die Shannon-Kapazität zu verdreifachen zum Beispiel, achtmal die Signalstärke investieren. Und jetzt wissen Sie, mal ein bisschen flapsig gesagt, warum die Mobilfunkbetreiber bei der 5G-Auktion so viel Geld gelassen haben. Weil die nämlich Bandbreite gekauft haben. Spektrum ist so ein, ja, unpräziserer Begriff für Bandbreite. Also die haben sich Teile von Bandbreite im allgemeinen Spektrum gekauft oder die Nutzungsrechte gekauft vom deutschen Staat. Und die haben dafür, ja, irgendwie 6,5 Billionen Euro bezahlt für insgesamt 420 MHz an Bandbreite im 2 GHz Band, im 3,4 und 3,7 GHz Band. Ja, so ist in etwa die Auktion, ich glaube, Mitte letzten Jahres ausgegangen. Und natürlich ist Bandbreite viel, viel wertvoller als Signalleistung. Also das ist der eine Grund, ne? Also wenn ich meine Datenrate verdreifachen will und dann kann ich entscheiden, will ich damit mehr Nutzer bedienen, also vielleicht dreimal so viele Nutzer, oder will ich jedem Nutzer eine dreifache Datenrate anbieten, ja, dann brauche ich eben die dreifache Bandbreite, ja, und die muss ich dann eben kaufen. Signalleistung kann ich natürlich nicht beliebig erhöhen und das ist der zweite Grund, warum die Operators hier so viel Geld ausgeben. Die funken ja schon am Limit, ne? Also die Signalleistung, die so aus so einem Funkturm rauskommt und insbesondere, was die meisten vergessen, die aus ihrem Handy rauskommt, ja, weil die ist das Problem, ne? Die Leistung aus ihrem Handy geht ihnen ja direkt in den Kopf von der Leistung im Funkturm, die der Funkturm absendet, empfangen sie ja nur einen Bruchteil, ja, es sei denn, sie stehen direkt auf dem Turm vor der Antenne. Ja, aber die Antenne ist in der Regel so weit weg, da reichen auch ein paar hundert Meter, dass sie nur noch vom Downlink sozusagen einen Bruchteil erreicht, ja, aber der Uplink, also das Signal von ihrem Handy zum Turm ist das Problem und da kann man die Leistung nicht mehr hochdrehen, ja, da ist man in LTE schon relativ nah an den thermischen Grenzwerten des Gewebes, das heißt, wenn sie das jetzt hochdrehen wollten, also dieses 8S hier machen wollten, um die Datenrate zu erhöhen, das dürften sie nicht. Gesetzlich und gesundheitlich wäre das auch nicht zu empfehlen, ja. Also daher haben die Operators da keine Chance, als in Bandbreite zu investieren. Es gibt noch ein paar andere Tricks, die wir dann im Master besprechen, also man kann auch mit mehr Antennen noch arbeiten, das könnte dann auch die Datenrate noch erhöhen, aber das Grundprinzip und das einfachste Mittel, aber auch leider das teuerste Mittel, um die Datenrate zu erhöhen, ist einfach die Bandbreite, die Erhöhung der Bandbreite und das liegt ganz einfach daran, dass die Bandbreite hier vor dem Logarithmus steht. Man spricht da im Englischen auch gerne vom Pre-Log-Term, ja, der Pre-Log-Term, also der Term Prä-Logarithmus, ist der relevanteste meistens in diesen ganzen Kapazitätsrechnungen. Gut, hier ist eine Übung, die Sie mal machen können. Ich würde mal vielleicht die ersten beiden Aufgaben jetzt mit Ihnen in der Vorlesung machen und dann wäre der Rest, also so drei bis fünf, mal für Sie, für die vorzubereiten. Ich würde das dann in der nächsten Vorlesung mit Ihnen durchsprechen. Insbesondere interessiert mich, ob fünf jemand schafft, weil das ist schon ein bisschen schwieriger. Was brauchen Sie dafür? Naja, Sie brauchen da Shannons Theorem für, also Shannons Formel, die ich Ihnen vorhin erklärt habe. Sie brauchen auch noch die Umrechnung dB zu Linear, die erkläre ich Ihnen gleich noch kurz. Das ist ein bisschen Handwerkzeug, das ist nichts Kompliziertes, aber das muss man mal gesehen haben. Bei der ersten Aufgabe habe ich das schon gemacht. Da bin ich wieder bei meinem Telefonkabel, bei meinem Telefondrädchen, wieder mit seiner Bandbreite von 3,1 Kilohertz. Ich habe Ihnen das netterweise hier schon die SNR übersetzt. Also im Telekommunikationsbereich gibt man das immer in dB an, da gibt man das eigentlich nie in Faktor 1000 an. So viele Nullen will man da gar nicht schreiben, weil das, wie gesagt, 60 dB wären ja 6 Nullen, da will ja keiner mehr zählen. Aber hier habe ich es Ihnen mal übersetzt. Und daher wäre jetzt die Frage, was wäre die maximale Datenrate dieses Telefondrädchens? Können Sie mir das mal ausrechnen? Ja, schauen wir doch mal, Helchenbach. Also da haben wir Faktor 1000, dann haben wir 3100 Hertz. Gehen wir nochmal zurück auf den Shannon. Ja, hier steht ja nochmal, also 3100 mal Logarithmus 2 von 1000 oder 1. Ja. Ja, was ist der Logarithmus 2 von 1001? Wenn Sie das nicht wissen, teilen Sie einfach den natürlichen Logarithmus. Dankeschön, also fast 10, sollte der ja auch sein. Wenn Sie übrigens nicht wissen, wie man Logarithmus zur Basis 2 berechnet, dann teilen Sie einfach den natürlichen Logarithmus Ihres Werts durch den natürlichen Logarithmus der Basis 2. Ich tippe Ihnen das mal in den Chat. Ja, also sowas. Das wäre jetzt so die Rechenregel. Ja, also LD steht jetzt hier für Log 2, für den Logarithmus 2 alles. So können Sie das auch ausrechnen auf Taschenrechnern oder in Programmen, die den Logarithmus nicht zu einer beliebigen Basis bestimmen können. Genau. Und dann haben wir da knapp 10 stehen. Also, und dann haben wir 3100 mal 10 und dann haben wir knapp 31 und ein paar zerquetschte Kilobit pro Sekunde. Sehr schön. Ja, auch schön, Herr Hülchenbach, mit der Einheit direkt ausgedrückt. So, dann haben wir das geschafft. Schaffen wir die zweite auch noch? Ja, dann müssen Sie mal umgedreht rechnen. Und ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis, weil wir DB gleich erst noch auf der nächsten Folie machen. Also 10 DB ist auch gleich Faktor 10. Ja, also da haben Sie dann eine SNR von 10 auch einheitenlos stehen. Und jetzt ist die Frage, was ist die maximale Datenrate von LTE für die folgenden Parameter. 10 MHz Bandbreite, das ist eine typische Bandbreite von LTE. Oft hat man jetzt auch schon 20 MHz bei einigen Operatoren, aber 10 MHz ist auch noch relativ typisch. Und 10 DB SNR ist auch eine sehr typische SNR, die man im guten Fall empfängt mit so einem Handy. Also was geht da maximal? Achtung, ich gehe hier. Warum schreibe ich hier eigentlich nicht unser M dazu? Kann mir das mal einer nebenbei beantworten? Warum ich hier nicht das Groß M dazu schreiben muss? Also Groß M war die Größe unseres Symbolalphabets und Log 2 davon war, wie viele Bits pro Symbol ich moduliere. Warum ist das jetzt hier nicht relevant bei der Frage? Sie haben jetzt also zwei Fragen zu lösen. Die erste ist, was ist die maximale Datenrate? Also mein C will ich da wissen, aus der Formel von vorhin. Das ist auch direktes Anwenden der Formel. Meine zweite Frage war, warum muss ich jetzt hier meine Bits pro Symbol nicht angeben für diese Frage? Ich beantworte mal die zweite Frage, weil Shannon das schon mit berücksichtigt. Shannon gilt allgemein. Der gilt für beliebige M. Der sagt Ihnen letzten Endes, wie hoch Sie Ihr M, also Ihre Bits pro Symbol, drehen können. Und daher ist das hier schon berücksichtigt. Das ist das Tolle. Wenn Sie Shannon anwenden, müssen Sie sich nicht überlegen, wie viele Bits pro Symbol Sie modulieren. Sie können mit Shannon sogar ausrechnen, wie viele Bits pro Symbol Sie modulieren können, weil der das bereits berücksichtigt. Man könnte sogar sagen, dass dieser Teil hier hinten, dieser Log 2 1 plus S durch N, eine Verallgemeinerung des Log 2 M ist, den wir vorher gesehen haben, weil unser M direkt hier als physikalische Größe durch die SNR bestimmt wird. Also unser M, die Größe meines Symbolalphabets, also letzten Endes die Anzahl der Bits pro Symbol, wird tatsächlich durch die SNR bestimmt und auch durch die SNR begrenzt. Und das gibt Ihnen der Shannon hier allgemeiner an. Also der ist eine Verallgemeinerung vom Log 2 M, den wir noch im Nyquist gesehen haben. So, und jetzt überlegen wir mal, ob Ihr Wert stimmen kann. Also wir haben hier ungefähr 35 Megabit pro Sekunde, sage ich jetzt mal. Das würde mir hier auch reichen. Also man muss da nicht super genau sein. Aber Milli und Mega sollte man nicht verwechseln. Das ist dann einfach ein zu großer Fehler. Genau. So, und drei Aufgaben, drei bis fünf machen Sie mal selbst und prüfen dann mal, ob Sie Shannon rückwärts und vorwärts rechnen können und auch verstehen, was Sie da tun. Also denken Sie mal darüber nach, was das dann bedeutet und warum Sie das so umstellen. Eine Sache brauchen Sie noch dafür, für diese Aufgaben. Das ist, ja, was ein DB ist. Das ist jetzt, ich sage mal, als Elektrotechniker hat man das in Fleisch und Blut. Für Informatiker ist das jetzt ein bisschen ungewohnt. Ich will Ihnen aber ganz kurz mal den Hintergrund erläutern und auch kurz sagen, warum man das macht und warum das eigentlich besser ist und einfacher ist, das so zu machen. Also das Problem, was wir gerade in der Telekommunikation haben, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ist, dass wir entweder mit sehr großen Größen rechnen, also zum Beispiel Gigahertz, aber auch eine Milliarde mal Verstärkung im Empfänger oder teilweise auch im Sender oder eine Milliarde Abschwächungsfaktor. Das hatten wir im letzten Mal dieses Alphan. Das kann sehr, sehr groß sein, also gerade bei Funk. Und wir rechnen aber auch mit sehr kleinen Größen. Also wenn man eine Milliarde Abschwächung hat, dann ist das Empfangssignal natürlich auch nur noch ein Milliardstel des ursprünglich abgesendeten Signals. Und diese vielen Nullen will niemand mehr hinschreiben und deswegen drückt man das in einer logarithmischen Skala aus. Und zwar, wir haben jetzt hier, Achtung, den Zehner-Logarithmus, nicht den Logarithmus Dualis. Also hier haben wir den Logarithmus zur Basis 10. Im Shannon steht der Logarithmus zur Basis 2 in der Regel. Das hängt so ein bisschen vom Symbol ab, aber wenn man im binären Alphabet unterwegs ist, dann ist es immer der Logarithmus zur Basis 2 beim Shannon. So, hier haben wir jetzt den Logarithmus zur Basis 10. Und Sie sehen hier, wie der sich verhält. Also der steigt einfach an. Intuitiv gesagt, was macht denn der Zehner-Logarithmus? Der zählt Zehner-Potenzen. Also der zählt meine Nullen hinterm, in meiner Zahl. Also die Nullen, die vorm Komma stehen. Und der zählt auch die Nullen, die hinterm Komma stehen, dann wird er eben negativ. Das ist, was der Zehner-Logarithmus macht. Genau wie der Zweier-Logarithmus Zweier-Potenzen zählt. Eine 8 hat drei Zweier-Potenzen, eine 4 hat zwei Zweier-Potenzen, eine 2 hat eine Zweier-Potenzen. Und genauso ist das mit dem Zehner-Logarithmus. Eine 10 hat eine Zehner-Potenz, eine 100 hat zwei Zehner-Potenzen, eine 1000 hat drei Zehner-Potenzen. Und ich will jetzt hier nicht zählen, wie viele Zehner-Potenzen dieser Wert hier oben rechts hat. Und deswegen rechnet man lieber in dB, weil man nämlich bei diesen ganzen Nullen mal eben eine Größenordnung und einen Fehler macht. Ja, warum heißt das Decibell? Naja, das ist nach Graham Bell genannt. Also das ist einer der Erfinder der Telefonie. Da gab es mehrere, aber so Bell wird im Allgemeinen als Vater der Telefonie bezeichnet. Und wie rechne ich jetzt um von Linear in dB? Also wenn ich jetzt eine lineare Größe x habe, irgendeinen Wert, sagen wir mal zum Beispiel 100, ja, dann rechne ich den so um, wie Sie es hier unten sehen, in der festgedruckten Formel. Also meine 100, ja, Log 10 von 100 ist was? Schreiben Sie es mir in den Chat. Das ist eine ganz, ganz einfache Frage. Da müssen Sie auch bitte nicht den Rechner oder den Taschenrechner für verwenden. Denken Sie einfach darüber nach, wie viele Nullen in der 100 sind. Genau. Eine 100 hat zwei Zehner-Potenzen und deswegen steht da eine 2. Also habe ich jetzt welchen Wert für xdb raus? 20. Genau. Und dann sind Sie noch nett zu mir und schreiben 20 db dahinter. Dann weiß ich auch, dass das jetzt eine logarithmische Größe ist. Ganz wichtig, weil wenn man das nicht macht, dann macht man ja wieder einen exponentiellen Fehler. Wenn man jetzt aus Versehen zum Beispiel eine logarithmische Größe linear verwendet oder umgedreht. Also immer schön sauber hinschreiben, dass das jetzt logarithmiert ist und das gibt Ihnen eben diese Pseudo-Einheit db hin an. db ist sowas wie ein Prozentzeichen. Das ist keine physikalische Einheit. Das ist im Wesentlichen, wenn Sie so wollen, ein Skalierungsfaktor, der Ihnen sagt, dass das jetzt hier in einer logarithmischen Skala ausgedruckt wird. Ja, also Prozentzeichen ist da eine ganz gute Analogie. Ist jetzt nicht sowas wie Watt oder wie Herz. Das sind echte physikalische Einheiten, die Ihnen sagen, was die Größe physikalisch bedeutet. Ja, das kann ich jetzt auch umstellen. Wenn ich mein x jetzt wieder raus haben will, also ich will jetzt wieder auf meine 100 kommen, dann setze ich hier meine 20 db ein. Und dann teile ich hier 20 durch 10 im Exponenten. Dann habe ich 10 hoch 2 stehen und 10 hoch 2 ist nur mal 100. Hier unten haben Sie noch mal ein komplizierteres Beispiel mit etwas realistischeren Werten. Minus 90 db wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt hier Milliwatt, das in Milliwatt ausdrücken würde, dann müsste ich hier dbm schreiben. Komme ich gleich zu. Dann wäre das zum Beispiel ein ganz gutes Wi-Fi-Signal. Also so klein ist ein gutes Wi-Fi-Signal. In Milliwatt dann tatsächlich auch noch. Gut. Bevor wir zu diesen Einheiten-Diskussionen aber kommen, hier noch mal ein paar Logarithmenregeln. Die werde ich jetzt nicht explizit ausführen. Ich habe die implizit schon ein bisschen mal verwendet. Ich habe Ihnen das hier ein paar Beispiele genannt. Wie gesagt, 10er-Logarithmus zählt 10er-Potenzen. Das kriegen Sie hin. Sie können auch lg schreiben anstatt log10, wenn Sie das abkürzen wollen. Und hier sind so ein paar Rechenregeln. Für Logarithmen sollte Ihnen eigentlich noch geläufig sein. Was wichtig ist, ist, dass Sie im Logarithmus, in der logarithmischen Domäne nicht subtrahieren und addieren können. Das heißt, wenn Sie subtrahieren und addieren müssen in der Rechnung, und das ist relevant für Ihre Hausaufgabe, dann müssen Sie linear umformen und das dann im Linearen machen. Sie können aber in der logarithmischen Domäne wunderbar multiplizieren und dividieren. Und zwar setzt sich das dann direkt in Additionen um und Subtraktionen. Sie sehen es hier. Wenn ich zwei logarithmierte Größen x und y multiplizieren will, dann addiere ich die im Logarithmischen. Wenn ich die dividieren will, dann subtrahiere ich die im Logarithmus schon. Das ist in der Regel leichter, das so zu machen. Also gerade, wenn man sehr große oder sehr kleine Größen hat. Und für Exponenten gibt es hier auch noch diese Regel, dass Sie dann den Exponenten vorziehen können und das dann im Logarithmus dann multiplizieren können. Wenn Sie jetzt aber in der logarithmischen Domäne, also in dem Beispiel hier rechts, addieren und subtrahieren wollen, können Sie das nicht, weil Sie dafür keine Operationen haben. Das heißt, Sie müssen dann ins Lineare zurück. Aufpassen da. Genau, also das ist auch eine schöne Eigenschaft, dass man, wenn man multipliziert und dividiert, wie man das ja in der Telekom gerne macht, weil man oft mit Verstärkungsfaktoren rechnet oder Abschwächungsfaktoren und so weiter, dass man das hier auch relativ leicht in der logarithmischen Domäne machen kann. Hier steht es nochmal ganz groß ausgedrückt. Multiplizieren und dividieren ist schön einfach in der logarithmischen Domäne. Addieren und subtrahieren geht nicht. Müssen Sie in der linearen Domäne machen. Ansonsten Rechenregeln stehen da zum Nachlesen. So, was wollte ich jetzt vorhin mit dem DBM? Was bedeutet das jetzt? Wie kriege ich jetzt physikalische Einheiten da rein? Naja, also wenn man jetzt einen Logarithmus bildet von irgendeiner physikalischen Größe, also sagen wir mal von Milliwatt, dann hat man ja hier einen Bezugspunkt zum Beispiel auf einen Milliwatt. Und den schreibt man dann eben hinten ran an das DB. Und damit weiß ich, hey, DBM, wenn ich mir das linear umforme, habe ich dann wieder ein Milliwatt stehen. Wenn ich da nur DB hinschreibe, wäre das ein Fehler, weil dann kommt ja was Einheitenloses raus. Dann kommt ja wieder die Einheit 1 raus. Das heißt, was Einheitenloses würden Sie in DB ausdrücken, wie hier. Hier in dem Fall hätte P2. Das sind hier beides Leistungen. P1 und P2 sind Leistungen, also beides in Watt oder Milliwatt gegeben. Und das hat natürlich dann, dieses Verhältnis hat dann natürlich die Einheit 1, weil ich ja Watt durch Watt teile. Und da kommt am Ende natürlich DB raus. Das ist absolut korrekt. Wenn ich jetzt aber mir einen einzelnen Leistungswert logarithmieren möchte, also als DB ausdrücken möchte, dann muss ich das so machen. Also dann habe ich ja hier implizit dieses 1 Milliwatt. Ich weiß, PT ist in Milliwatt gegeben, also zum Beispiel die Sendeleistung hier. Und dann schreibe ich dann eben DBM hinten ran. Hier ist das nochmal ausgedrückt, dass das PT in DBM ist. Also das hatte ich vorher mit so einem Unterstrich DB gekennzeichnet. In Watt mache ich das auch. Hier habe ich die Bezugsgröße Watt und dann würde ich hier ein DB großes W hinschreiben oder ich würde 30 DB abziehen. Weil ich ja hier, wenn ich das in DBM ausdrücke, dass das durch den Faktor 1000 dividieren muss. Ja, also beziehungsweise wenn ich jetzt hier wieder auf den Watt kommen will, muss ich ja meine Größe in DBM mit 1000 multiplizieren, dann bin ich wieder bei einem Watt von Milliwatt aus und deswegen steht hier die minus 30. So, da ist eine Frage im Chat. Herr Helchenbach fragt, warum nicht in DBMW Vereinfachung, Konvention, Faulheit? Ja, also man hat sich irgendwann darauf geeinigt, dass es reicht, einen Buchstaben anzuhängen. Das macht man häufig so, also im Akustikbereich gibt es dann auch die Einheiten DBA und dann noch so andere, bei Lärmmessungen auch noch andere Einheiten. Also in der Regel kommt da nur ein Buchstabe ran. Ja, das ist Konvention und wenn Sie das irgendwie 1000 Mal am Tag schreiben müssen, dann sind Sie ganz dankbar, dass Sie da einen Buchstaben sparen. Ja, wichtig hier, in der Regel rechnen wir nur mit DBM. Wenn aber, wenn Sie mal mit Watt rechnen müssen, ja, und DBW rechnen, dann bitte sauber verrechnen, also wie hier rechts dargestellt, oder am besten im Vorhinein in Milliwatt umformen und dann verrechnen, weil bringen Sie das nicht durcheinander, ne? Sonst machen Sie mal eben einen Faktor 1000 Fehler. Also Sie können nicht direkt zum Beispiel, Sie können DBM plus DBM rechnen, das wäre dann eine Multiplikation zweier Milliwattgrößen. Sie können aber nicht einfach DBM plus DBW rechnen, weil das wäre ja dann Milliwatt mal Watt. Und dann wird es relativ kompliziert nachzuvollziehen, welche Größenordnung Sie dann am Ende haben. Ja, weil die Größenordnung steckt ja hier in der Bezugsgröße drin. Die steckt also in Ihrer Logarithme-Rechnung drin. Also aufpassen, nicht verschiedene Bezugsgrößen in der logarithmischen Domäne miteinander verrechnen, es sei denn, Sie wissen genau, was Sie tun. Ich würde mir das auf einer Bezugsebene runterrechnen und dann zum Beispiel nur mit Milliwatt arbeiten, also mit DBM oder nur mit DBW. Das sind noch so ein paar praktische Tipps zum Handwerkzeug. Wie gesagt, machen Sie mal die Aufgaben zum Shannon. Da müssen Sie dann auch ein bisschen hin und her konvertieren. Tipp noch, Pro-Tipp für Sie. Passen Sie auf, im Shannon steht der Zweierlogarithmus, DB hat aber den Zehnerlogarithmus. Bringen Sie nicht die logarithmische Basis durcheinander. Und falls jetzt jemand fragt, ja, das ist Klausurrelevant. Ich sage Ihnen jetzt nicht garantiert, was rankommen wird in der Klausur, aber sowas ist doch super einfach abzufragen. Gut, damit sind wir mit unseren physikalischen Grenzen oder ich sage mal grundlegenden theoretischen Grenzen des Telekommunikationskanals durch. Damit wissen wir, was das physikalische, die physikalische Schicht bestmöglich schaffen kann in Form von Datenrate. Und zwar einmal ohne Rauschen, das war der Nyquist, und einmal mitrauschen. Das war der Shannon. Und der Shannon hat eben auch noch den Charme, dass der uns wirklich auch eine Grenze angibt, wie viel Bits wir pro Symbol übertragen können. Also wie groß unser Groß M werden kann oder eben der Logarithmus Groß M, der dann eben die Anzahl der Bits pro Symbol ist. Das ist, was wir maximal schaffen können. Also der Shannon ist letzten Endes, was wir maximal schaffen können, abhängig von Bandbreite und SNR. Jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das? Ja, dann und das ist jetzt eher eine ingenieurtechnische Frage. Bisher waren wir so ein bisschen so, ja, Informationstheorie-Anfänger, sag ich mal, und haben auch ein bisschen in die Physik reingeschaut. Die verlassen wir jetzt, also sowohl die Informationstheorie als auch die Physik und schauen uns an, wie baut man denn jetzt so was? Und die erste Frage, die ich mir mit Ihnen anschauen möchte, ist, wie extrahiert man den Bit-Takt? Woher weiß ich, wann ich abtaste? Ich kriege als Empfänger irgendein Signal rein, ich bin absolut nicht synchron, ich habe keine Ahnung, wo das Signal anfängt und aufhört. Ich höre einfach irgendwann auf den Kanal und kriege was rein. Wo entscheide ich? An welcher Stelle messe ich und an welcher Stelle entscheide ich über den Bit-Wert eines Symbols? Oder woher weiß ich überhaupt, wo mein Symbol anfängt und wo mein Symbol beginnt? Und das ist eben die Frage der sogenannten Clock-Extraction oder der Bit-Takt oder Takt-Extraktion allgemeiner ausgedrückt. Und das ist eben genau die Frage, wann sample ich mein Empfang des Signals? Also an welcher Stelle beobachte ich? Eine übliche Konvention wäre die Mitte des Symbols. Das haben wir bisher auch immer so gemacht. In meinen grafischen Beispielen haben Sie das gesehen. Aber woher weiß ich, wie gesagt, wo die Mitte ist? Ich weiß ja noch nicht mal, wann das Symbol anfängt. Ich weiß übrigens in der Regel, wie lang ein Symbol ist. Weil die meisten Telekommunikationssysteme, also ich kenne eigentlich keins, was die Symbollänge verändert. Die meisten haben eine festgelegte Symbollänge, zum Beispiel von vier Mikrosekunden wäre das bei bei Wi-Fi. Also bei einem Standard-WLAN im 5,2 Gigahertz-Band ist das zum Beispiel vier Mikrosekunden. Und die ist festgelegt und Sender und Empfänger kennen diese Festlegung. Daher muss ich über die Länge nicht reden. Ich muss eigentlich nur über den Anfang reden und dann kenne ich die Mitte. Oder ich kann natürlich auch auf die Mitte rauf synchronisieren. Das reicht mir natürlich auch. Aber das ist hier das Problem. Das Problem ist nicht die Länge eines Symbols festzustellen. Die ist bekannt als Konstante. Sondern das Problem ist den Beginn oder die Mitte oder allgemeiner gesagt den Abtastzeitenpunkt festzustellen. Und das ist genau diese Sender-Empfänger-Synchronisation, die wir hier schaffen wollen. Symbol hatte ich ja schon definiert. Das ist mehr als ein Bit. Nicht notwendigerweise, aber kann mehr als ein Bit sein. Wir werden das ein ähnliches Problem später auf Schicht 2 auf der Vermittlungsschicht besprechen, also im Link-Layer. Da müssen wir dann Frames synchronisieren. Also ich sage mal so eine Art Frames sind so eine Art Link-Layer-Pakete. Da machen wir das dann paketweise oder pro Frame. Jetzt machen wir das aber pro Bit. Und es gibt noch eine Charakter-Synchronisierung, die machen wir hier aber nicht. Wie geht jetzt eine Synchronisation von Sender und Empfänger pro Bit, also auf dem Bit-Takt? Naja, das Einfachste ist, ich mache erst mal gar nichts. Ich gehe erst mal davon aus, dass der Bit-Takt bekannt ist als Konstante. Also zum Beispiel so etwas wie 1000 Symbole pro Sekunde. Dann habe ich auch einen Bit-Takt von 1 Kilohertz. Und dann mache ich erst mal nichts. Dann taste ich einfach ab. Naja, ich gehe noch zusätzlich davon aus, dass ich zumindest zum Anfang synchronisiert bin. Also tun wir vielleicht mal so, dass zum Anfang von einem Frame noch so ein Spezialsignal kommt und ich so synchronisiert bin und dann vielleicht so 1000 Bits mal zuhöre. und während dieser 1000 Bits synchronisiere ich nicht. Warum klappt das nicht? Oder warum klappt das nur sehr schlecht? Naja, das sehen Sie hier. Sender schickt das linke Signal los. Die blauen Balken hier sind die Mitte seiner Bits, ja, der des Senders. Also diese blauen vertikalen gestricheten Linien. Dann geht das durch den Kanal. Wir sagen mal, da passiert gar nichts. Ja, wir haben hier den perfekten Kanal. Weil ich will Ihnen ja nur das Problem der Takt-Synchronisation erklären, nicht nochmal diese ganzen Kanalprobleme. Und jetzt tastet der Empfänger ab. Und der Empfänger hat eine Uhr, die ein kleines, kleines bisschen schneller läuft als der Sender. Das heißt, der tastet ein bisschen früher ab. Sie sehen hier im zweiten Bit ist das bereits der Fall. Und der jedes Mal in jedem Symbol ein kleines bisschen früher abtastet, wandert seinen Abtastzeitpunkt immer weiter nach vorne, bis er dann mal im benachbarten Symbol landet. Und das ist hier passiert. Und wenn dieses benachbarte Symbol einen anderen Bit-Wert hat, mache ich aufgrund dieser Abtastung des falschen Symbols einen Fehler. Dann wird plötzlich aus der Null eine Eins, weil ich ja die Eins zweimal abtaste. Also die vorangehende Eins hier in dem Beispiel zweimal abtaste. Und hier haben wir eine Null, weil ich aus meiner Eins rausgedriftet bin nach vorne, also nach links. Und jetzt die Null abtaste, fälschlicherweise auch zweimal. Also so kann man wunderbar Bit-Fehler produzieren. Und das, obwohl ich eingangs synchronisiert war. Und da wir natürlich in sehr oft in sehr hohen Datenraten senden, ja, im Gigabit pro Sekunde Bereich, sollten die Uhren schon recht genau sein, wenn ich nicht extra synchronisiere. Weil ich habe ja bei einem Gigabit habe ich ja so 10 hoch, ein Gigabit ist 10 hoch 9. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bit pro Symbol schicke, habe ich einen Symboltakt von 10 hoch minus 9. das müsste, wenn ich mich nicht irre, eine Nanosekunde sein. Das heißt, ein Symbol ist eine Nanosekunde. Das heißt, ich muss ein bisschen genauer als eine Nanosekunde Zeit auflösen können. Und das ist schon eine recht harte Anforderung an Uhren. Gerade, wenn man berücksichtigt, dass viele Geräte noch nicht mal mehr eine eingebaute Echtzeituhr haben, sondern die nur in Software emulieren. Gut, also das ist jetzt nicht so eine tolle Idee. Erst recht nicht, wenn ich die Datenraten hochtreibe und damit den Symboltakt hochtreibe oder die Symbolzeit eben sehr klein auf Nanosekundenebene zum Beispiel bringe. Was können wir noch machen? Option 2, ich kann ein Uhrensignal mit dazu schicken, im Parallel einfach dazu auf einem anderen Kanal. Das geht, das kann man auch machen. Führt dann natürlich zu Problemen, wenn die Distanz ein bisschen höher ist. Denken Sie mal nochmal an den Funkkanal. Ich hatte ja da, ich habe da manchmal Reflektionen, also an Gebäudewänden, die kommen später an. Oder denken Sie ans Internet, da haben Sie auch teilweise das Problem, dass Pakete über verschiedene Routen kommen, also Pakete derselben Verbindung. Verbindung jetzt auf TCP-Ebene, landen, laufen mal durch ein Transatlantik-Kabel, teilweise über eine Satellitenverbindung oder durch ein anderes Transatlantik-Kabel und dadurch habe ich auch eine schwankende Pinkzeit und dadurch habe ich natürlich auch schwankenden Empfang meiner Symbole. Also die gehen über verschiedene Kanäle. Und das heißt, also wenn ich jetzt immer den Takt meines Haupt, meines Datenkanals mitsende, muss ich das eigentlich über denselben Kanal machen und das kann ich zum Beispiel bei Funk nur sicherstellen, wenn ich da wirklich nah dran bin. Da habe ich dann keine Mehrwegeausbreitung oder die Reflektion spielen, wenn ich nah dran bin, keine große Rolle oder beim Kabel, dann muss ich das über dasselbe Kabel machen oder noch eine Leitung dafür reservieren, ein Aderpaar, dann würde das gehen. Ist aber aufwendig. Und klaut eigentlich auch Bandbreite, weil dieses Aderpaar könnte man eigentlich auch dann wieder verwenden für die Übertragung von Daten. Also es klaut nicht Bandbreite, aber es klaut physikalische Kapazität. Deswegen gibt es noch eine andere Option. Ich kann natürlich jetzt, wie eingangs auch gesagt, an kritischen Punkten, zum Beispiel zu einem Beginn eines Frames oder mehrmals pro Frame, also ich kann so Blöcke machen in einem Frame, kann ich natürlich synchronisieren. Also ich synchronisiere jetzt vielleicht nicht jedes Bit, aber jedes hundertste Bit oder jedes tausendste Bit. Oder vielleicht jedes zehnte, je nachdem, wie schlecht mein Kanal jetzt ist oder wie schlecht meine Uhren sind am Empfänger. Dazwischen muss ich jetzt stabile Uhren erwarten. Also meine Clock Drift, also der Versatz meiner Zeitmessung, müsste ich dann zwischen diesen Synchronisationspunkten damit klarkommen. Und daher hängt es eben, wie oft man das macht, davon ab, welche Erwartungen man dann an die Uhr des Empfängers hat. die vierte Option, da hat man die geringsten Erwartungen an den Empfänger und auch an die Empfängeruhr, einfach im Signal direkt selbst verstecken, den Takt. Und das schauen wir uns jetzt an, weil das ist tatsächlich, was man dann praktisch macht. Das heißt, kein Seitenkanal, das wäre Option 2, kein Verlassen auf eine blockweise, Synchro, sondern direkt in das Datensignal rein kodieren. So, wie macht man das? Naja, ich muss eben zusätzliche Informationen verstecken, also ich muss in meinen Datenbits noch Synchronisationsbits verstecken oder allgemeine an meinen Datensymbolen noch Synchronisationsinformationen reinbekommen. Einfachste Annahme, ja, würde denn, ein ganz einfaches Mappen eines 0-Bit-Wertes auf einen niedrigen Spannungswert und eines 1-Bit-Wertes auf einen hohen Spannungswert, also so wie wir es bisher auch immer diskutiert haben, ja, in unserem Beispiel des Buchstaben Bs, würde das denn reichen? Könnte manchmal reichen, schauen wir uns das mal an. Ja, Sie sehen hier mal eine Datenfolge und Sie sehen eine sogenannte NAZL-Kodierung. NAZ steht für Non-Return-to-Zero. und Sie sehen, hier kriege ich eigentlich zumindest beim ersten Symbol schon recht gut raus, wo ich da abtasten würde. Beim zweiten auch, aber dann wird es schon ein bisschen schwieriger, wenn ich so zwei aufeinanderfolgende Einsen habe, dann müsste meine Uhr schon mal für zwei Takte konstant bleiben und wenn ich drei Nullen habe, wird es noch schwieriger, weil ich ja hier einfach nur eine Linie sehe und keine Synchronisationsinformationen mehr rausbekomme. Wir merken es also, was uns hier bei der Synchronisation hilft, sind die Flanken, ja, also diese Übergänge von hoch auf niedrig und von niedrig auf hoch. Die werden wir gleich noch für ein besseres Verfahren benutzen. und wir merken uns, dass Runs, also sogenannte Ketten von Nullen und Einsen, hier die Hauptprobleme machen. Das steht hier unten auch nochmal. Und das wollen wir ja nicht vermeiden. Also wir wollen ja jetzt bitte dem Sender nicht vorschreiben, dass er keine Nuller oder Einser Runs senden darf. So, also was machen wir jetzt? Naja, ein besseres Verfahren als NRZL, also zumindest hinsichtlich der Taktgenerierung oder der Taktübertragung ist das sogenannte Manchester Encoding und die Bildungsvorschrift sehen Sie hier. Wenn ich einen Datenbit Null übertragen will, dann arbeite ich mit meinen Flanken und zwar definiere ich dann, dass ich eine abfallende Flanke brauche, Entschuldigung, eine ansteigende Flanke brauche, also von niedrig auf hoch. Sie sehen das hier bei der Null im Beispiel. Ich will eine Null kodieren als Datenbit und ich mache, habe eine ansteigende Flanke, also mein Signalwert springt von niedrig auf hoch. Wohingegen das bei der Eins genau umgekehrt ist. Bei der Eins, die habe ich hier vorne, springt mein Signalwert von hoch nach niedrig, das heißt, ich habe eine abfallende Flanke. Also abfallende Flanke kodiert eine Eins, ansteigende Flanke eine Null könnte man auch umgedreht definieren, das ist eigentlich egal. Man muss es nur so festlegen, dass Sender und Empfänger wissen, worauf sie sich geeinigt haben. Dafür steht, sowas steht dann eben im Standard. Super Sache, ich habe in jedem, in der Mitte jedes Bits, also im Zentrum, genau da, wo ich abtasten will, habe ich einen Flankenübergang. Also habe ich einen Sprung meiner Flanke. Ist doch toll, und damit weiß ich genau, wo das Zentrum meines Bits ist. Und das weiß ich pro Bit. Also das ist da eigentlich Bitweise zumindest die beste Synchronisation, die man sich vorstellen kann. Hat aber einen kleinen Nachteil. Wie immer, der ist nur für lunch, sagen die Ingenieure. Ja, es gibt nichts umsonst. Ich muss jetzt, wenn ich Daten kodiere und Takt gleichzeitig kodiere, oft zwei Änderungen pro Symbol, ja, mit zwei Änderungen pro Symbol rechnen. Ja, schauen Sie mal, hier habe ich das. Ich habe hier für dieses Symbol eine abfallende Flanke und jetzt habe ich hier wieder eine Aufsteigende. Das heißt, ich habe hier zum Beispiel zwei Änderungen. Das ist nicht immer so. Also hier zum Beispiel bei der 1, auf die eine 0 folgt, ist das nicht so. Hier habe ich nur eine Änderung pro Symbol. Aber worst case, habe ich zwei Änderungen pro Symbol. Und das bedeutet, dass ich de facto nur die Hälfte meiner Symbolzeit für das Datenbit verwende. Ja, ich muss jetzt diese doppelte Flanke da rein kodieren und ich muss die auch erkennen können. Also ich muss die wieder, ich bin wieder bei meinen Sampleschwerwerten, ich muss die wieder extrahieren können. Und um das bei derselben Bitfehlerwahrscheinlichkeit zu schaffen, also selbe Robustheit, ich will selbe Datenrate haben, ich will die Bitfehler nicht schlechter detektieren, die Bits nicht schlechter detektieren als vorher, muss ich leider die Bandbreite verdoppeln oder die Symbolzeit verdoppeln. Und wenn ich die Symbolzeit verdopple, das haben wir vorhin durchdiskutiert, halbiere ich auch wieder die Datenrate. Das heißt, es ist nichts umsonst. Das heißt, Manchester-Codierung kostet mir, also die Codierung des Bit-Takts pro Bit, kostet mich bei gleicher Robustheit der Datenübertragung die Verdoppelung der Bandbreite oder die Verdoppelung der Symbolzeit. Das ist die Zusammenfassung von verschiedenen Codierverfahren. Es gibt da natürlich nicht nur NRZ und Manchester oder NRZL, das ist hier das oben und Manchester. Es gibt auch noch ein NRZI als Beispiel und es gibt auch noch ein paar andere, die wir jetzt hier nicht diskutieren. NRZI steht für NRZ, also Non-Return-to-Zero inverted und das ist auch ganz einfach zu verstehen. Wenn ich eine Null kodiere, also ein Datenbit 0, dann ändere ich nichts an meinem Signalwert. Ich halte den sozusagen. Sie sehen das hier, bei der Null wird es gehalten und bei einer 1 springe ich auf den anderen Signalwert. Also hier bin ich bei der Null unten. Jetzt will ich eine 1 kodieren, springe hoch. Jetzt kodiere ich als nächstes wieder eine Null und mache wieder nichts. Jetzt will ich wieder eine 1 kodieren und springe runter, ändere also den Signalwert. Das ist das NRZI-Verfahren. Das ist ein bisschen besser als NRZ, was Runs angeht, hat aber offensichtlich, wie man hier schön sieht, auch Probleme mit Nuller-Runs, also mit vielen aufeinanderfolgenden Nullen, weil wir ja dann nach Definition nichts tun. Das heißt, wir haben da auch wieder keinen Takt, den wir irgendwie rüberbringen können. Was wir bisher besprochen haben, das waren Basisband-Signale. Wir sind bisher davon ausgegangen, also zumindest so bei unseren Modulationsverfahren, dass wir einen Bit direkt auf eine Leitung geben. Sie erinnern sich vielleicht, eingangs hatte ich diesen Schalter und eigentlich haben wir auch nur so etwas gemacht. Wir hatten, wenn wir jetzt mit einer Amplitude mehrere, mehr als zwei Bit-Werte, also mehr als An- und Aus modulieren wollen, brauchen wir vielleicht noch einen Widerstand und können dann eben ein Signal auf vier Levels schalten, also auf vier verschiedenen Signalstärken schalten. Aber letzten Endes haben wir das direkt auf eine Leitung gegeben. Wir haben das, ja, damit kann man in Drähten arbeiten, also auf reinen Telefondräten, wenn man jetzt kein DSL macht, geht das so, also mit so einem alten Analogmodem oder einem digitalen Modem, zum Beispiel ISDN, geht das so. Man kann aber zum Beispiel im Funk so nicht arbeiten, weil Sie im Funk bei einer bestimmten Frequenz funken müssen. Sie wissen das alles vom Radio. Da haben Sie einen bestimmten Frequenzbereich zugewiesen und den müssen Sie einhalten. Wie kommen Sie jetzt aber in Ihren 2 Gigahertz Bereich zum Beispiel oder in Ihren 3,7 Gigahertz Bereich Na ja, dann müssen Sie Ihr Signal hochmodulieren. Sie müssen das also auf einen Träger packen. Das ist einfach ein schnell schwingender Sinus zum Beispiel, auf dem Ihr Signal drauf liegt. Und das erkläre ich Ihnen jetzt. Und das ist dann genau, was man mit Breitbandübertragung meint. Also Breitbandübertragung ist eine schnelle Datenübertragung auf einem Träger, wohingegen Basisband keinen Träger benötigt. Basisband ist direkt auf dem Kanal. Hat man ganz ganz früher zu Makonis Zeiten um die Jahrhundertwende also Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich auch noch gemacht. Da hat man dann, daher kommt auch der Name Funken, dann hat man da ein Funken erzeugt. Das ist also so eine Art Blitz. Und der deckt so ziemlich den gesamten Frequenzbereich ab und deckt auch alle Signale ab, die in seiner Nachbarschaft sind, egal bei welcher Frequenz. Und das wäre dann eine Basisband Übertragung per Funk. Also wenn Sie einen Blitz machen und diesen Blitz modulieren oder einen Funken modulieren, dann können Sie das auch im Funkbereich machen. Macht heutzutage aus naheliegenden Gründen keiner mehr, weil man sich das elektromagnetische Spektrum, also den Funkkanal sozusagen ja gerne teilt mit mehreren Diensten, mit verschiedenen Funktechniken und auch mit verschiedenen Teilnehmern. Da ist das kein relevanter Ansatz heutzutage mehr. Gut, hier sind nochmal so die Probleme von Basisband Übertragung kurz beschrieben. Ich muss Gleichspannung loswerden, also ich brauche dafür zum Beispiel Kondensatoren im Empfänger. Die führen wieder zu einer Verzögerung oder zu einer leichten Zeitverschiebung des Signals und dadurch auch zu Filtereffekten, die man eigentlich nicht möchte. Und ich habe, wie gesagt, das Problem der niedrigen Bandbreite vielleicht meines Primärmediums. und daher ist es vielleicht nicht so clever, alles direkt auf die Leitung zu geben. Und wie gesagt, bei Funk würde das gar nicht gehen oder beim Radio Kanal allgemein. Breitbandübertragung ist da so ein üblicher Begriff, den finden Sie auch in der Literatur, die ich Ihnen gegeben habe. Was Sie aber oft hören und was ich einen besseren Begriff finde, ist Carrier Modulation, auf Deutsch Träger Modulation. Da schwingt schon so mit, dass man noch so einen Träger braucht, also jemanden, der sozusagen die Daten in diesem hohen Band herumschleppt. Und auf den modulieren Sie dann Ihre Daten. Es gibt auch den Begriff Bandpass Transmission, komme ich gleich noch dazu, woher dieser Begriff Bandpass kommt. Und das macht man immer, wenn man funkt. Und das macht man aber auch bei DSL, weil DSL ist auch nur ein zusätzliches Signal auf Ihrem Telefondrähtchen, was im höheren Spektrum auf Ihrem Telefondräht drauf moduliert ist. Das heißt, Sie haben, wenn Sie DSL verwenden, auf Ihrem Telefondräht zwei Signale. Sie haben unten das 3,1 Kilohertz Signal, das ist das Basisband Signal. Das geht von 0 bis 3100 Hertz ungefähr. Und Sie haben dann oben, so im Megahertz Bereich, noch ein breiteres DSL Signal, was da zusätzlich drauf moduliert wird und mit ganz, ganz vielen Tricks, sodass über diesen schlechten Klingeldraht dann wirklich auch noch ein bisschen Datenrate rüber geht. Das ist ein Träger. Also Sie haben irgendein Trägersignal, was sozusagen Ihr DSL Signal hochmischt, um das vom Telefonsignal zu trennen. Ja, also tatsächlich im Kabel geht das auch. Das muss nicht nur Funk sein. So, ein paar Eigenschaften, grundlegende Eigenschaften der Breitbandkommunikation, das schaffen wir jetzt noch in den letzten zwei Minuten. Wie gesagt, ich möchte dieses breite Spektrum nicht haben, also dieses plumpe raufladen auf den Kanal ohne Träger geht nicht, weil ich habe dann zum Beispiel beim Rechtecksignal, Sie haben ja gesehen, ich brauche unendlich viele Fourier-Terme dafür, per se braucht das Ding erstmal eine Riesenbandbreite und das macht eben von 0 Hertz bis einen hohen Bereich erstmal alles dicht oder ich will eben mehr als ein Signal auf dasselbe Medium packen wie beim Funk oder wie beim DSL-Draht also beim Telefondraht mit DSL und wie mache ich das? Na ja, ganz einfach ich produziere eine Sinusschwingung die schwingt schnell also zum Beispiel bei WLAN so in etwa bei 2,4 Gigahertz und das ist dann meine Trägerfrequenz und auf diese Sinusschwingung moduliere ich dann Daten wie moduliere ich Daten auf so eine Sinusschwingung na ja indem ich einen mindestens einen dieser drei Parameter ändere hier haben wir eine Sinusschwingung ja alle schon mal gesehen das ist einfach eine Sinussfunktion die hat drei Parameter diese Funktion die Frequenz die Phasenverschiebung die ist hier als Phi angegeben und die Amplitude Alpha bisher haben wir immer nur die Amplitude moduliert ja gut wir haben den Sinus nicht wirklich moduliert wir haben eine Basisband Rechteck gehabt hier direkt aber das ist relativ einfach wenn ich da eine Null nehme ist mein Sinus weg und wenn ich da eine A nehme oder irgendeinen großen Spannungswert dann ist mein Sinus da und so habe ich sie sie in sie mehr mehr täglich und Bluetooth überträgt ein Bit pro Symbol auf einer Sinuswelle drauf moduliert oder auf einer Sinusschwingung drauf moduliert der träger liegt ungefähr bei 2,4 Gigahertz das sehen sie hier im Frequenzband die Bandbreite ist in etwa 180 Kilohertz von so einem einzelnen Bluetooth Kanal und ja die Modulation passiert einfach durch die Verschiebung der Frequenz wenn ich einen 0 Bit also einen Bit Wert 0 übertragen will dann benutze ich eine Frequenz die ein bisschen weiter links ist die liegt dann bei 2401 8 Megahertz und die etwas höhere Frequenz benutze ich also einen Sinus mit einer etwas höheren Frequenz benutze ich wenn ich eine 1 übertragen will als Datenwert oder als Bit Wert also ich sage mal flapsig ausgedrückt ich spreche ein bisschen höher wenn ich eine 1 übertragen will und ein bisschen tiefer wenn ich eine 0 übertragen will so macht Bluetooth das zum Beispiel das nennt man Frequenz Modulation oder Frequency Modulation auch FM und das ist da macht man ähnlich nur dass man ein analoges Signal was innerhalb der Bandbreite eine beliebige Frequenz annehmen kann dann auf den Träger moduliert so damit würde ich jetzt aufhören ich stoppe jetzt auch die Aufnahme und bleibe dann noch ein bisschen im Chat so circa 5 Minuten falls Sie Fragen haben wie gesagt der Chat wurde diesmal auch nicht mit aufgezeichnet ich versuche die Aufzeichnung noch in dieser Woche dann online zu stellen ich muss da manchmal ein bisschen schneiden deswegen kann das ein bisschen dauern und ich hoffe natürlich dass es mit der Qualität diesmal ganz gut geklappt hat